Ja moin, lange nicht gesehen würde ich sagen. Einige von euch haben mitbekommen, dass meine Videos auf Privat gestellt worden sind. Und zwar alle von all meinen Kanälen. Und das habe ich selber gemacht. Das hatte mit was Rechtlichen zu tun, worüber ich eigentlich nicht öffentlich sprechen möchte. Nur so, es gab ein Missverständnis, das man hätte beseitigen können, wenn man direkt mit mir gesprochen hätte. Hat man nicht. Aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, ich habe recht, alles ist gut. Und deshalb kommen die Videos jetzt wieder. Und als ich sie privat gestellt habe, haben mich, glaube ich, 4, 5, 6 Dutzend E-Mails erreicht. Ich bin über WhatsApp angeschrieben worden und so weiter und so fort. Ich möchte an dieser Stelle einmal Danke sagen, dass euch mein Kanal so sehr interessiert. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass ihr dann einfach alle nachfragt und so weiter. Das hat mich wirklich berührt, muss ich sagen. Und deshalb an dieser Stelle noch ein zweites Mal jetzt Danke. Die Videos kommen jetzt wieder. Ich muss dazu sagen, erwartet bitte nicht sofort, dass jede Woche wieder zwei Videos kommen, weil ich bin gerade noch ein bisschen angeschlagen. Und das Wetter gibt es manchmal auch nicht her, den ganzen Tag drehen zu können. Ich gebe aber mein Bestes, so gut ich kann. Ein bisschen was wird sich in den Videobeschreibungen in Zukunft ändern, weil ich da, ich möchte das ganze Ding kürzer machen. Dass da nicht so ein riesen Batzen an Text ist, sondern dass das alles ein bisschen übersichtlicher für euch ist, um sich da durchzuklicken und so weiter und so fort. Und das ist schon das ganze Video. Ich wollte nur kurz wieder Hallo sagen. Ja, ich bin wieder da. Es tut mir leid, dass die Videos weg waren. Auch wenn ich nicht selbst schuld bin, tut es mir trotzdem leid. Und einfach, ja, weil ihr die ganze Zeit ja nicht zu gucken hattet sozusagen von mir und einige wollten das. Ja, es tut mir leid, jetzt wird alles besser. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.